So, äh, wieder da. Ich hab auch grad schon getestet, wir können immer noch durch Säulen und durch Steine und durch was weiß ich nicht, wo es schwimmen. Aber das soll uns jetzt nicht kümmern, wir machen jetzt weiter, dann sind wir halt so, äh, freundlich und halten uns einfach daran, dass wir da, wo wir nicht lang können, nicht lang können. Obwohl wir da lang können. Soll uns jetzt mal nicht kümmern. Okay, einmal zum Plan. Erst hierhin. Hier ist der Nautilus, ich hab eigentlich keinen Bock mehr, den zu holen, aber dann haben wir wenigstens nur einen Begleiter. Dann hierhin, dann hierhin, dann dahin und dann wieder hierhin. So soll es sein. Eigentlich will ich den Nautilus nicht haben, weil der scheiße ist, aber besser als gar kein Begleiter. Ich vergesse immer, dass ich gar nicht die Biestform habe. Weil die Biestform, die geht durch diese Fische durch und frisst die einfach mal auf, sowieso nebenbei. Und die lassen dann manchmal Energie fallen und sowas. Ich hab auch rausgefunden, dass wir durch den hier schwimmen können. Ich hab auch rausgefunden. Nichts funktioniert, wie es soll. Kennt ihr das? Ich hab auch rausgefunden, weil der Nautilus ist ein Gegner, den ich absolut, überhaupt und gar nicht und überhaupt recht kann. Kann, leiden kann, leiden will. Gibt's noch irgendwelche Worte, die ich einsetzen kann? Gut. Dann wollen wir uns mal den Nautilus schnappen. Gut. Ich bin schon rot. Ist gut. Ganz ruhig bleiben. Ich stelle mich gerade extrem blöd an. Hier die Qualle, hier die Qualle, hier die Qualle, hier die Qualle, hier die Qualle! What the fuck? Boah. Haa. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Na komm. Sehr schön. Ich finde den einfach so sinnlos. Ich mag den gar nicht. Naja, aber das Gute ist, die können nicht sterben. Den könnten wir jetzt auch rumbringen. Ich denke, das ist aber nix. Was ist denn los? Oh ja, jetzt. Ah. 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 Okay, jetzt sind wir hier. Sobald es ist. Was ist denn los? Ich will mein Lieblings-Pet. Ja. Wir sind da jetzt einfach mal außen rum geschwommen. Wisst ihr ja. Ich wollte zwei drücken und bin dann irgendwie voll durcheinander gekommen. Ich glaube, ich werde schon wieder zu leise. Kann das sein? Was? So. Das ist eingesetzt. Jetzt nochmal zurück. Was? Ja, ist klar. Okay. Verzeiht mir, ich bin extrem... Weiß nicht. Ähm. Ja. Ja. Wir auch durchschwimmen? Können wir. Super. Ich verstehe es nicht. Ja. Also jetzt noch schnell nach hier. So. So. Elephant Turtle sind sowas wie... Warb-Portale. Ich hab nur noch nicht so ganz rausgefunden, wie man bei denen entscheiden kann, wo man hin will. Weil bisher wurde ich immer hierhin gebracht. Beziehungsweise... An einem komplett anderen Ort. Und die scheinen irgendwie so... Zwei scheinen immer zusammen zu gehören. Aber ich... Weiß es nicht genau. Kann auch sein, dass ich mich da vertue. Guckt mal eben auf die Uhr. Ja. Wir werden zuerst in den Cape Forest schwimmen. Und uns die Nature... Verpiss dich! Nature Form holen. Und dann mein Lieblings-Pet. Er ist hier oben hin. Er ist hier oben hin. Wollen wir noch nicht hin. Er ist hier oben hin. Ja, er ist hier oben hin. Nee, erst hier oben. Ja, erst nach oben und dann die Gistform holen. Obwohl erst die Gistform auch ganz nett wäre, aber eh. Wir holen uns erst die Meldschaft ab. Ich weiß gar nicht, ob wir ohne die Meldschaft wollen. Oder soll man sich erst die Gistform holen? Nein, das kann nicht sein. Wenn man sich erst die Gistform holen sollte, dann wäre hier eine noch stärkere Strömung. Was man da gar nicht durchpackt. Nein. Ich bin gerade verrückt. Merkt man das? Nach oben wollen wir das jetzt. Wir schwimmen erst hier lang. Ja. 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 Was war denn da so. Genau, das hatte mich so verwirrt. Hier ist überhaupt kein Specherkristall. Richtig. Ich erinner mich. Und wir brauchen hier für erst die Fischwurm. Erst die Fischwurm. Fischwurm? Die können wir doch erst die... Gibt's auch einen Kelp-Farrest? Ach, bist du am Leiden. Ist das mein Hund? Der ist gerade furchtbar am Leiden. Na komm her. So, ich muss jetzt auch bald einen Cut machen. Ich weiß aber gar nicht, ob hier irgendwo ein Speicherkristall ist. Wenn wir uns die Fischwurm... Wenn wir uns die Fischwurm, dann schwimmen wir hier wieder hin. Hey, hallo. Na hallo. Na hallo. Bist du wach? Die Fischwurm ist gewacht geworden. Sicker. Oh. Sicker. Mh, 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 mh. Jetzt brät er gerade ab. Dolle fünf Minuten. Okay. Okay, also. Die Fischwurm müsste, wenn ich mich nicht täusche, hier sein. Hier oder... Dann hier irgendwo. Hier oben. Jetzt, glaub ich, zum Boss, falls wir hier überhaupt durch... Oh Gott, ich bin verwirrt. Ich mach eben einen Cut und dann geht's gleich hier weiter. Ich mach eben einen Cut und dann geht's gleich hier weiter. Wie will ich das hier nochcienig an? Vielen Dank.